Krüger soll erben. Habe ich richtig gehört? Erbe? Die alte Familienbrauerei. Aber nur mithilfe seines Bruders. Laut Testament können wir nämlich nur gemeinsam das Erbe antreten. Einfacher gesagt als getan. Der Ort hat Vater hier. Ich will meine Ruhe haben. Sie beide müssen jetzt das Erbe antreten, ansonsten ist es wohl immer zu spät. Krüger bleibt Krüger. Samstag, 20.15 Uhr im Ersten. Krüger bleibt Krüger.